Kommt! Ich bin's! Moin! Kommt ein Mann in die Apotheke und sagt, er hätte gern Zyran Kali. Und da sagt der Apotheker, tut mir leid, das kann ich Ihnen nicht verkaufen, das ist nur rezeptpflichtig. Da packt er ein Bild von seiner Schwiegermutter aus, zeigt den Apotheker das, da sagt er, sie haben ein Rezept dabei.